Hallo und willkommen zu neuen Aufmerksamkeit von Let's Play Antimed at German Street, somit mit den lieben Silenz. Ja, ich weiß, die Folge kommt heute wieder ein bisschen später, aber das hat diesmal einen netten Grund. Ich habe mit der lieben Blue Jenny aufgenommen und Modern Skyblock kommt ab entweder morgen oder Dienstag. Wir wissen noch nicht genau, ob wir drei oder vier Folgen die Woche bringen, weil mehr schaffen wir momentan einfach nicht. Aber da wollen wir uns auch nicht festlegen. So, ich habe einige Sachen hier vorbereitet. Hier sollten auch noch ein paar drin sein. Genau, ich habe die Pure Crystals, hier auch noch mit den Phytogonic Aseleiter reingepackt. Und da wollen wir jetzt heute ein wenig weiter craften. Während ich crafte, werde ich mal ein paar Worte sagen, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn das Modpack oder das Community Projekt, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, hat einen Nachteil leider. Oder, was heißt, Nachteil ist nicht wirklich, aber ein Problem, nenne ich es jetzt einfach mal. Denn den Mod, den ich entwickeln wollte, würde zwar funktionieren. Problem ist nur, dass wir wahrscheinlich sehr viele Bugs drin hätten. Und da ich nicht möchte, dass jemand einfach so gekickt wird, weil ich da einen Bug drin habe oder sowas, habe ich mich dazu entschlossen, doch von dem Mod wegzugehen zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich suche aktuell eine Alternative. Das heißt, es kann sein, ein ganz großes Kann, dass wir Ende der Woche mit dem Projekt anfangen. Vielleicht werde ich auch noch mal ein bisschen ummodeln, das weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall ist der Plan, dass ich versuche, zum Ende der Woche hin das Projekt zu starten. Das heißt, Freitagabend werde ich doch streamen. Und dann wahrscheinlich sowohl Samstag als auch Sonntagabend. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich würde mich freuen, wenn ihr zumindest dann in den Streams auch da seid. Also zumindest in den Minecraft Streams würde ich mich riesig freuen. In allen Streams würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Einfach, da ich halt gerne auch Feedback habe und auch gerne mit anderen Leuten interagiere. Was halt am einfachsten geht, wenn man im Stream ist. Ist, glaube ich, jedem klar. So, ich möchte jetzt gerne, ja, sagen wir mal, zwei bisschen größere Festplatten bauen. Ich habe eigentlich gedacht, ich baue nur die kleinen, aber 4K kann man eigentlich auch machen. So, dann einmal so. Äh, was fehlt uns da? Ach, Quarzglas. Okay, das kriege ich hin. Genau. Also das ist jetzt zumindest so zum aktuellen Zeitpunkt der Plan, dass, wenn es alles klappt, ich habe noch eine Mod-Alternative. Wenn es klappt, werden wir, ähm, dann starten. Also am Wochenende. Wann ich genau sagen kann, ob es startet oder nicht, kann ich leider absolut nicht sagen. Das hat den einfachen Grund, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt mich noch nicht hundertprozentig festlegen möchte, ob wir überhaupt spielen. Weil das Problem ist, dass, ja, dass wir aktuell halt immer, oh, hier ist sogar Strom, geil. Weil, ähm, das halt sehr schnell, wenn ich jetzt einen festen Termin sage, mich vielleicht einige Leute darauf festnageln werden oder so. Und deswegen werde ich da noch nichts zu sagen, ob es wirklich klappt oder nicht. Wenn es klappt, werde ich auch ziemlich zügig ein, ähm, kurzes Video machen. Also ein kleines Infovideo, wo ich dann auch die grundlegenden Regeln und sowas erkläre. Ja, es wird auch ein paar Regeln geben, aber keine Angst, es wird nicht zu viele Regeln geben. So, das Ding einmal oben drauf. Dann brauchen wir hier zwei Terminals. Ne, drei brauchen wir, glaube ich, sogar. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, im Endeffekt, wenn es jetzt mit dem Mod nicht klappen sollte, werde ich mir nochmal ein bisschen was überlegen müssen. Also einen Mod habe ich, wie gesagt, noch in der Hinterhand. Aber dafür muss ich halt erstmal ein bisschen was testen, leider. Weil, ja, also das Problem ist, ich möchte halt nicht einfach unbegrenzt die Leute spielen lassen, weil dann sehr schnell die Lust für einige verloren geht. Entweder, weil man halt nicht hinterherkommt oder weil andere Leute halt einfach zu viel spielen und man dadurch nicht hinterherkommt. Also, beziehungsweise andersrum, wenn halt die anderen Leute nicht schnell genug hinterherkommen, ist halt bei denen, die weit sind, die Motivation niedrig und umgekehrt. Ist halt leider so. Da kann man nicht viel gegen machen. Das Einzige, was man dagegen machen kann, ist einfach akzeptieren und versuchen, bestmöglich zu vermeiden, dass diese Situation eintritt. Und das ist halt das, was ich auch machen möchte. Hä, warum haben wir denn schon Terminals? Hä, warum hatten wir denn ein Terminal und warum? Das Problem ist auch bald weg. Nur so nebenbei. Wenn wir Pleiten Logistics haben, wird auch nichts mehr sortiert, einfach. So, ich glaube, das waren beide Terminals, die ich brauche. Dann brauche ich doch nur zwei Stück. Ich war mir da nicht ganz sicher. Ja, sieht so aus. Pattern Terminal, Crafting Terminal. Ne, eins fehlt noch. Vielleicht das andere dann noch. Interface, Pattern, Terminal, Fluid Terminal. Okay. Ja, gut. Wird schon stimmen. So, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Crafting Storages. Ich möchte gerne zwei Stück bauen. Dann können wir zumindest ein paar Prozessoren schon mal parallel, oder ein paar Craftings parallel machen, sage ich mal so. Ja, kann man eigentlich auch alle eben raushauen. Ich habe ein paar vorbereitet. Ja, ich belasse es mal bei zwei, weil ein Problem ist, wenn wir mehr craften, dann kann es sein, dass unser System verstopft. Und ich habe intelligenterweise mehr für den Prozessoren gebaut, aber keine Crafting Units. So, ja, ich hoffe, die sechs Stück reichen. Dann brauche ich noch ein paar Kabel. Denn ich werde das Ding einfach hier oben ran schließen. Sieht pottenhässlich dann aus. Aber es funktioniert wenigstens. So. Zack, zack, zack. So, dann können wir jetzt schon bis zu drei Sachen parallel craften. Gut. Dann brauchen wir eigentlich vier Stück von denen, von den Inscribern. Das sind nämlich die, die ich ziemlich als erstes automatisieren will, weil Prozessoren. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ergo brauchen wir jetzt Inscriber. Und zwar brauchen wir ein paar Pisten. Ich habe ja noch gar kein Auto-Crafting. Hehe. Habe ich schon wieder vergessen. So, dann ein paar hiervon. Und. Na, zehn Stück. Eins, zwei, drei. Na gut, ich habe viel zu viele gecraftet. Passt schon. Dann noch sechs von denen. Dann habe ich vier von denen. Hä, warum? Okay, warum auch immer der nicht stackbar ist. Passt schon. Dann brauchen wir noch ein paar neue Kabel. Damit wir das Ganze verbinden können. Wie heißen die? ME-Glas-Cable. Also, die Kabel kommen auch alle später noch ins Auto-Crafting rein. Aber zum aktuellen Zeitpunkt können wir es halt leider nicht. Habe ich hier noch welche? Ah, okay. Habe ich hier noch welche. Passt. Dann. Äh, brauchen wir da drei Interf- Äh, vier Interfaces. Interface. Hm, und dafür brauche ich hiervon noch ein bisschen mehr. Habe ich hier noch Glas drin? Nein, natürlich nicht. Aber jede Menge anderen Kram. Hier habe ich auch noch jede Menge anderen Kram drin. Packe ich erstmal alles mit rein. Das kommt natürlich später auch alles in seinem E-System. Und ich bin auch am überlegen, einen automatischen Import ins E-System von hier aus zu machen. Dass quasi der Output dann einfach irgendwie in Ender Chests oder so reingeht und direkt weg. Ist für mich immer einfacher. Viele fluchen da drüber, weil die damit weiter craften wollen. Aber in den meisten Fällen ist es für mich einfacher. So, wir haben keinen Sand mehr. Dann werde ich jetzt mal das ganze Silicon Dioxide hier nehmen. Und wir werden jetzt mal ein bisschen Sand machen. Erstmal was auf Schnelle. Ach, ich freue mich, wenn wir das im Auto-Crafting haben. Ja, also, falls ich es noch nicht gesagt habe, es wird die nächsten Folgen jetzt sehr viel, äh, M-E-System geben. Damit wir halt da so die Basics aufbauen können. Damit wir dann das System richtig aufbauen. Und danach werden wir dann hoffentlich in der Lage sein, dass wir vernünftig Auto-Crafting können. Äh, das heißt, wir brauchen, mhm, äh, na, sie juckt. Ne, warte, so nicht. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Du stehst mir hier gerade im Weg. Danke dafür. Dann die vier Interface oben drüber. So. Und... ...die Hölle mehr oder weniger wieder. Aber ich werde Itemdukte hier benutzen. Einfach aus dem Grund heraus, dass, äh, die am einfachsten Grad sind. So, weil ich muss hier einfach nur ein Output hinkriegen. Und das war es dann eigentlich. So. Gut, dann... Ähm, ne, warte mal. Das sind jetzt nur die vier. Und, naja, gut, für den letzten... Ja, ich brauche noch einen fünften Inscriber. Äh, wofür und weshalb und wieso. Kann ich gleich zeigen. Wir brauchen ja noch einen, der einmal alles verbindet. So. Dann hier noch einmal. Da kommt gleich noch eine Servo hin. Noch ein Interface. Interfaces werden wir sowieso ohne Ende brauchen. Das ist auch eins der ersten Sachen, die ich automatisieren möchte. Also, die Idee ist, dass wir die Prozessoren automatisieren und dann sozusagen alles weitere immer nur reinpumpen können. Im Sinne von, dass wir erstmal die Basics hier alle fertig machen. Und dann stückweise sozusagen ein zweites ME-System aufbauen, was denn das richtige ME-System sozusagen wird. Das ist zumindest die Idee. So mache ich es häufig. Hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Ich hatte wenig Probleme damit. Also, passt es, würde ich sagen. Gut. Äh, Campy Roof Moved. Genau, das soll auch alles nicht rausgehen. Dann brauchen wir einmal ein Pattern. Das sind diese hübschen Dinger. Wir brauchen ein paar mehr Patterns. Wir brauchen Glas. Das ist, ja, ich wiederhole mich, aber Glas ist eins der wichtigsten Sachen, die wir automatisieren sollten in naher Zukunft. Oder auch sowas wie dieses Quarzglas und so. Aber da brauchen wir dann ja die Pulverizer später für. Aber passt dann eigentlich so. Einen davon. Ne, wir brauchen zwei. Der muss einmal durchlaufen. Dann kann man auch gleich mal gucken, ob das hinten rausgesaugt wird. Ja, wird rausgesaugt. Wunderbar. Dann haben wir es nämlich hier drinne und können jetzt sagen, eins von denen, also das ist das Terminal. Eins von, also ein Silikon, den wir reinpacken. Daraus wird ein Printer Silikon. So. Ähm, wie genau? Ja, wobei, kann ich auch jetzt machen. Also, ME-System Basics. Wir brauchen entweder einen Controller oder einen Energy Acceptor. Und damit wird quasi unser Netzwerk bepowert. Dann haben wir pro Kabel hier acht Slots. Nachher können wir noch bessere machen, auch wo wir sehen, wie viele Slots wir verbrauchen und so weiter. Und jeder Anschluss verbraucht sozusagen ein Channel. Das heißt, wir haben hier für das Disk, wo wir genauso wie da unsere Sachen drin speichern, in Festplatten, ein Channel. Dann ein Channel für das Pattern Terminal, eins fürs Crafting Terminal und eins für die beiden Crafter. Mit diesen Dingern hier quasi können wir craften. Das heißt, in diesen, ja, wie heißen die Crafting Units oder Crafting irgendwas, 1K Crafting Storage, so. Da wird quasi alles drin gespeichert, was wir für das Crafting brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt, kann ich gleich nochmal genauer erklären. Dann haben wir hier die Inscriber, die kennt ihr ja schon. Die können quasi mit einem Interface verbunden Rezepte akzeptieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Pattern reinpacke, können wir das Pattern hier raussuchen. Und sozusagen einmal sagen, crafte mir das bitte. Dann weiß das Interface, okay, hier ist das Rezept, packe einfach in dieses Inventar, haben wir halt nur diesen einen Slot, Silikon rein. Fertig. Und dann craftet es sozusagen durch. Hinten wird es rausgesagt, wird es wieder ins Interface reingepumpt und alles, was man ins Interface reinpumpt, wird ins ME-System reingepackt. Das heißt, wir haben jetzt hier Printed Silikon. So. Das sind so die ganz großen Basics. Wenn wir jetzt, ich nehme mir einfach mal hier ein bisschen Silikon raus. Wenn wir jetzt, also wir müssen natürlich die Ressourcen hier drin haben. Wenn wir jetzt ein Rezept hätten, um Silikon herzustellen, würde er das in Kette quasi mitmachen. Wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, so, crafte mir fünf Stück, dann können wir hier in einem von denen sehen, genau, Crafting Status, fünf Siliken. Das heißt, das Silikon an sich ist hier aus dem System raus, wird hier zwischengespeichert zum Craften. Und wenn das Endprodukt fertig ist, das wird dann ins normale System reingepackt. So. Das sind jetzt eigentlich so da die Basics. Dann brauchen wir noch sowas wie Gold. Dann brauchen wir noch Diamanten. Und wir brauchen noch Sirtos Quads für die Calculation Prozessoren. Was wir nicht haben, da wir keinen von den Seeds mehr haben. Das ist doof. Dann, äh, nee, Glossone braucht ihr auch noch. Äh, Glossone, Glossone. Dann machen wir uns das bitte mal fertig. Das wird nächstes Mal auch noch ein bisschen verbessert. Aber wir können schon mal den Rest hier fertig machen. Das heißt, wir nehmen einmal das Gold. Wir nehmen hier den Diamant. Das heißt, erst Gold, dann Diamant. Das heißt, einer davon wird zu dem. Und einer davon wird daraus gecraftet. Das und das. Dann haben wir gleich noch den letzten. Und wir können jetzt sagen, na, eins davon. Eins davon und Redstone. So. Äh, ja, nur einen bitte. Davon wird zu den fertigen Prozessoren, die wir hier drüben nur noch haben. So. Der wird zu dem. Und das packen wir in den letzten rein. Äh, das heißt, da müssen wir das einmal ausschalten. Dann haben wir den. Dann haben wir das Gleiche nochmal für den Goldenen. Und logischerweise gleich für den letzten noch, wenn der mal durch ist, haben wir das Rezept quasi. Nur dafür brauchen wir halt die andere Platte noch, logischerweise. Nein, ich kann jetzt auch mal eben so machen. Weil wir müssen ja erstmal das Rezept hier einspeichern, dass der zu, äh, mit der Platte zu dem letzten wird. Also ich mache die Folge ein ganz bisschen länger, dass wir das noch eben fertig machen. Dann haben wir nämlich die Automatisierung von den Prozessoren fertig. Mehr ist das nämlich nicht. Nur, es ist halt nervig. Sagen wir es mal so. Gut. Dann einmal den, einmal den, einmal den. Für zu dem. Das können wir jetzt auch gleich einmal austesten. Äh, das ganze Zeug kann da rein. Bitte nach Number of Items. Und wenn wir jetzt einfach mal davon einen anfordern. Und davon einen anfordern. Und davon konnten wir jetzt gerade keinen anfordern, weil wir halt nur zwei parallele Crafting Slots zur Verfügung haben. Aber an sich sollte der jetzt gleich fertig sein. Genau. Wir können automatisch Prozessoren craften. Unter der Bedingung, dass wir natürlich die Basisressourcen reinpacken. Aber damit können wir jetzt nächstes Mal weitermachen. Da programmieren wir dann die nächsten Rezepte ein. Und dann sollten wir eigentlich schon in der Lage sein, komplett anzuschließen. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. ETC, ETC. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.